Was man denn so für coole Dinge für den Urlaub nähen kann, damit man so ein paar kleine Scheinchen oder auch ein paar Münzen gut verstauen kann und es nicht so offensichtlich ist. Also pack dir mal alle deine Stoffreste, die du so finden kannst und dann starten wir mit diesem coolen Scrunchy mit Reißverschluss. Die zweite Idee ist dieses Armband mit Täschchen, was sich auch super zum Laufen gehen eignet und auch für Männer cool ist. Bis zum nächsten Mal.